Hier kommt noch der Bericht von der Darts Pool Eröffnung und das hier ist der Besitzer, der Janni, der konnte nur einmal seine Arme verschränken und das war im Gespräch mit mir ansonsten. Gleich früh ging es richtig los, viele Leute waren da und der Mann hier, der hat sehr viel geackert. Der Martin musste auslosen, unterschreiben, Bilder machen, spielen, auslosen und kleine Scherzi machen. Hier, aber Nico, der hatte richtig zu tun, weil der war nämlich am Würstchenstand und da waren nicht nur so Leute wie Kalle da, sondern auch ich und ich habe mindestens 10 Würstchen gegessen, also Nico hat an dem Tag am meisten zu tun gehabt. Da nickt selbst der Chef ab. Es waren richtig gute Spiele dabei, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch sich die Spiele anzugucken, wir hatten auch viele Live-Übertragungen, Dartblock war auch da, nee, das bin ich. Es waren natürlich aber auch schöne Leute da gewesen und interessante Leute, es wurden interessante Gespräche geführt, insbesondere draußen, ja, es ist wie so eine Partyküche, da wurden die interessantesten Gespräche geführt, aber dann war irgendwann auch mal Feierabend. Ich kann nur sagen, gelungener Abend, kommt nach Berlin-Spandau in den Darts Pool Shop, es lohnt sich, ciao.